David, was musst du in die Ferien? Ich habe die neue Ferien-Buzz-App auf meinem Handy. Das App musst du dann downloaden, dann musst du dich anmelden und dann bist du schon dabei. Die Ferien-Buzz-App ist wieder da. Einfach downloaden, registrieren und anmelden. Alle, die sich die App bereits im letzten Sommer holten, einfach die neue Version installieren und mit dem alten Passwort anmelden. Sei dabei bei über 100 coolen Ferienaktivitäten und Veranstaltungen den ganzen Sommer 2016. Das wären coole Ferien!